Willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Heute spielen wir auf mit dem Scheiß. Beweg dich, ich hasse diesen Scheiß. Okay, heute machen wir diesen TNT hier explodieren lassen. Und da ist wirklich komplett alles mit TNT gefüllt. Ich zeige euch das gleich und werde euch sagen, wir gehen gleich zum Anzünden rüber, oder? Ja, oder? Ja. 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 Okay. Okay, jetzt machen wir zum Anzünden. Warte, ich mache nochmal ganz schnell als Test, damit ihr wirklich wisst, dass da überall TNT ist. Hier ist voll... Okay, vielleicht hat man da... Geh weg. So, vielleicht sieht man hier schon. Ein paar Lücken, aber egal. Geh weg. Nein, da... Ja, ich baue... Ja, geh weg, ich baue das schon. Geh weg, ich baue... Ich geh weg, ich baue das schon. Wer macht das zu? Mach das auf. Ich komme noch raus. Mach es auf, schnell. Hopp. Bin der Endermaul. Ich glaube, dein Siri funktioniert nicht. Fuck. Egal, scheiß drauf. Egal, dein Siri muss heute nicht funktionieren. Okay. Ich zünde an. In 3, 2, 1. Okay. Okay, die Schnur brennt. Die Schnur brennt. Huh. Spannung baut auf. Die Schnur brennt. Alter, wie schnell die brennt. Okay, okay. Wir müssen aufpassen. Drauf gucken. Bisschen weiter weggehen. Bisschen weiter weggehen. Weiter weggehen, bis das zündet, das Erste. Bisschen weiter weggehen. Geh weg. Junge, geh weg, du. Du bist nicht auf der Titanic oder so ein Crap, Alter. Nein. Warte. Junge, das brennt, das ist Spannung, Junge. Okay, okay. Es kommt, es kommt, es kommt, es zündet rein weg ein bisschen. Alter, es wird gleich so heftig laggen, ne? Das Erste, das hier zündet. Es lag jetzt schon. Was ist denn, ich schieße mal einen Pfeil? Oh mein Gott. Die Explosion. Oh, what the fuck? So heftig hat es noch nie gelegt. Alter, ich sehe gar nichts. Hä, ich kann aber noch... Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich schon bewegen. Hä? Äh, lol. Guckt euch das an. Alter, what the fuck? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nein. Loll. Loll. Alles klar, bei mir. Guckt euch das an. Das fliegt auf jeden Fall auf deinen Hinsicht. Okay, alles klar. Was soll das? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich auch nicht bewegen, Junge. Ey, wir werden rausgekickt. Es kann sein. What the? Okay, bei mir bewegt sich langsam wieder was. Hä, was ist das, Junge? Wo bin ich vielleicht gelangt? Alter, was ist das? Dieses TNT, ne? Das war so viel drin. Was ist das, Junge? Ja, genau, ja. Ich kann mich wieder bewegen. Ich kann mich... Alter. Sag nicht, unser Porsche ist beschädigt. Wir haben überall Lags. Wir haben jetzt überall... Scheiße. Ich sehe nichts mehr. Okay, ich kann mich so langsam wieder... Alter, ich sehe nichts. Warte mal. Warte mal, hier passiert gerade. Nein! Was denn? Alter, guckt euch das an. Nein, ich sehe gar nichts mehr. Wow, ich muss... Nein, ich sehe wirklich gar nichts mehr. Guck mal. Nichts. Ich weiß, du bist, glaube ich, irgendwo... Hä? Wo bin ich? Oh, oh, oh. Alter, was ist das? Porsche. Unser Porsche ist beschädigt, aber egal. What the fuck? What the freak? Digga, das ist so krass. Das ist okay. Wir warten mal, bis der Leck weg ist. Okay, Leute. Okay, okay. Hier sind die Verursachen. Hat es unter Porsche getroffen? Nee, hat es nicht. Hat es nicht. Hat es nicht. Hat es nicht. Nur die Mauer. Kann mich jemand zu uns tippen? Alter, wo? Ich bin ganz weg. Nein, Leute. Endermals hat unser Lecky-Block weggemacht. Du warst so ein Block, der war unterstörbar. Ja, tippe dich einfach. Ich kann es ja nicht. Junge Leute, guck mal, jetzt hat es überlebt. Okay, wir haben jetzt gerade hier die Explosion. Alter, ist die Explosion heftig. Yo, es leckt einfach immer noch. Und guckt euch diese Schatten an, ey. Hä? Okay, Leute, wir machen jetzt gerade die Abschlusssequenz, die geht. Ähm, ja, äh, Parazel, also der nennt sich jetzt Loro, weil der so einen Skin genannt hat. Ähm, ja. Und, ja, der ist jetzt gerade verloren gegangen wegen der Explosion, diese Schatten, die ihr gesehen habt, richtig krass. Leute, das ist so scheiße. Er ist jetzt einfach in nichts verstunden. Er ist einfach... Ich will mich verabschieden. Okay, dann würde ich sagen... Okay, dann ciao, Leute. Bis morgen, vielleicht. Leute, ciao!